Ich sitze mit einem Bruder, der zu den Glücklichen gehört, die den Islam angenommen haben. Der den Islam annimmt, dem werden alle Sohne verziehen, Alhamdulillah. Und wenn der vorher Christ gewesen ist, dann kriegt der sogar den doppelten Nummer, der hat an zwei Propheten geglaubt. Alhamdulillah. Bruder, wie ist dein Name? Dawud. Dawud jetzt. Und wie alt bist du, wann bist du zum Islam gekommen und was warst du vorher? Mein Name ist Dawud, wie gesagt, ich bin 21 Jahre alt. Das ist jetzt mein zweiter Ramadan, Alhamdulillah. Und an dem ersten Tag des letzten Ramadans bin ich Alhamdulillah Muslim geworden. Und ich war vorher katholischer Christ. Ich komme aus Portugal, beziehungsweise aus Deutschland, bin halb Deutscher, halb Portugiese. Und Alhamdulillah Muslim. Und Inshallah meine Familie auch. Alhamdulillah.